hallo und herzlich willkommen zurück zu sonkenland die batterie ist jetzt bei 89 prozent 90 ich warte mal bis die voll ist dann nehme ich die da raus ich bin mir sicher ich hatte drei batterien ziemlich sicher hat jetzt ein liter sprit verbraucht dafür okay das ist nicht viel zu viel so das ding ist wieder aufgeladen ich wollte gucken mal sowas auf wo ist die m16 m 16 da 45 schaden gewehrpatronen im moment habe ich die m14 im moment habe ich die das jagdgewehr 48 schaden und ihm 16 macht 45 schaden ich werde ja immer schlechter ach menno trotzdem hätte ich die gerne wird angepennt dann in der rüstungsfabrik hätte ich gerne das hier 45 okay das auf jeden fall ne vier stahlbahnen oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott vier stahlbahnen das wird nicht funktionieren ne ich hätte mal einen okay fangen wir mit einem an dann müsst ihr halt beim farmen zu gucken nie was da so meinen stahl waffen ich brauche vier den rest hätte ich ich könnte schon mal die m16 bauen ok ich glaube man wenn sie in waffen teile ich 10 war das ne 10 halbe halbe ok dann habe ich nur noch zehn waffen teile in taus guter den habe ich auch nur gekauft weil ich nehme das mal mit und versuchen wir mal ein brot zu operieren wenn das geht warte mal so kann ich habe mit dem boot reparieren kann unter wasser nicht benutzt werden ja ja ist schon klar die l umschalten mein boot nicht reparieren ist es denn kaputt geht nicht reparieren müsste doch einiges kaputt sein das ist hier l umschalten das ist das mal licht ja guck mal hier haben sie doch bestimmt irgendwas kaputt gemacht ach ja okay das kann ich reparieren cheerio das ist ja nicht mal so übel ja die dinge auch 800 leben schnell geht die batterie kaputt weil dinge ziehe wie heißt das kraftstoff ist ja nicht so einfach zu bekommen ja gut okay aber boot und so kann ich damit nicht reparieren aber die gehen doch kaputt ich mal gehört geht damit nicht geht es mir machen muss ich mal testen alle lassen sich mal da hoch so hammer falsche richtung hier ist der hammer okay dann rüste ich den mal aus dem kann ich doch reparieren guck mal ja wenn ich in die hocke gehe ja okay ich damit das boot reparieren vielleicht ist das boot auch gar nicht kaputt aber das hier muss doch bestimmt kaputt sein irgendwie nicht mehr die können mir das zerschießen aber ich kann es nicht reparieren unfassbar ja gut ist dann ja mal egal jetzt okay noch mal zurück ich wollte die m16 bauen okay das kann ich jetzt mal ausnehmen ich habe keine kohle ja bist du was hab ich denn moment immer reisen waren hinzufügen okay so 3 dann fehlen mir noch 10 12 12 eisen wachen bedeutet 60 eisen 12 eisen wachen sind 12 eisen 12 eisen wachen sind 12 eisen die m16 10 stoff und was ich dann ernst und nummer 8 mann 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 die hatte ich nicht gefunden oder hatte ich die schon ausprobiert warte die hatte ich doch ausprobiert wo sind meine waffen und jetzt ist das kiste drin in rüstung lappen vielleicht bei rüstung da ist eine akka 47 hätte ich gebaut das repartiergewehr ja ja da haben wir noch mal dahin und jetzt habe ich das zweimal angepinnt was nicht unbedingt zielführendes so da brauche ich ja auch noch mal acht von den dingern ja dann müsste jetzt leider damit leben dass ich jetzt mal ein bisschen farm gehe habe ich die spitze damit die habe ich mit okay zack zuerst die sehen sie aber so wie ich das hier sehe ist hier nix nachgespornt fahren wir jetzt vielleicht eventuell ich sollte mal was essen nix zum essen mit super dann wieder zurück ach man wie hieß das schon bei monty breiten und da kam noch die verwirrung und die verwirrung war groß das war diese eine prophet auf dem markt also diese rollladen wollte ich sagen diese fenster cover was weiß ich denn wir sind schon nicht übel so okay ist drin und der holz das ist sehr gut ein bisschen wasser dazu okay und das da das da das ist meine startinsel da ist nix bedeutet nicht mitgenommen aber ich habe hier noch was drinnen habe ich ich packe die batterie auch noch mit drin naja das war jetzt doof stahlwaren ja das kann hier alles mal raus okay ähm bade benzin jetzt ihn erforderlich ich hatte 20 ausgenommen hä äh 10 hatte ich aus okay gut da muss ich das aber nochmal nachfüllen das geht nicht anders so was esse ich denn hier ich das kann nicht mal essen das kann ich essen ja gut worte habe ich und vielleicht noch eine konserve die ist zu wertvoll nee das mache ich nicht nee 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 so wir fahren jetzt und zwar fahren wir zur wo ist er tanzenfluss überschwör was ist der eisenschädel äh maschinenfabrik wo war denn das ding die eisenmine da metallmine da ist er da ist er und ich muss hier so lang ne das war glaube ich die da ne eisenmine warte ich guck nee die metallmine ist hier unten also dahinter irgendwo okay wir sind es gleich da so da sind wir vielleicht mache ich die mal eine andere farbe wo habe ich denn hier in das fähnchen gesetzt cheerio achtung ich wusste es ist das so ein sportboot hier was nachgespawnt ich hoffe es doch aber kein metall ne das ist aber bitter wo ist hier dieses fähnchen ich mache jetzt sag nicht das habe ich da oben hingepflanzt nee das ist hier drin ja das ist hier drin irgendwo hier nee hier nicht ja wo denn dann wo denn dann der intendant ist es hier am strand irgendwo nicht dass man das nicht sieht ne warte ich war da vielleicht auf der anderen seite ne wenn ich hier so hinguck dann müsste es da sein warte da drin was ist da drin das ist da drin ist hier eisen nachgespawnt nee nur kupfer doch da ist ein bisschen eisen das ist da drin also hier drin da hier oben direkt hier ähm ach da ist es doch okay farbe ändern wie mache ich denn eisen eisen mache ich äh komm blau eisen ist blau dann haben wir das und dann gehen wir jetzt auf eisen jagt kupfer kupfer mhm ernst kein eisen ich wurde schon lange nicht mehr angegriffen wundert mich kupfer kupfer ist es vielleicht weil ich nur eisen abbaue ist das hier random weiß das jemand ob das random ist wenn ich hier sagen wir mal eisen abbaue kann dann kupfer nachkommen das wäre echt übel dann müsste ich hier alles abbauen so viel kupfer braucht man doch im ganzen spiel nicht guck mal ist nix mehr an eisen nur noch kupfer 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 boah nee das ist ja bescheiden gut dann muss ich das kupfer auch abbauen was immer ich da auch damit machen will man kann ja eigentlich nur munition mitmachen sonst brauchen wir das nix aber warte ich baue das noch kurz ab jetzt sind das schon gleich zwei oh man guck mal er wirft nur meine kopflampe in schatten was das denn für ein blödsinn okay naja es ist wie es ist okidoki so man sieht das hier hier ist das kann ich nicht kaputt schlagen hier ist nur kupfer nachgespawnt also vielmehr ich habe das kupfer gar nicht abgebaut weil ich dachte ja okay lass mal das kupfer kupfer sein weil ich brauch's ja nicht und es ist halt jetzt auf der insel nur noch kupfer ein eisen war hier und ich brauch 40 minimum mag ich das offline ja muss ich wohl das kann ich euch nicht antun ne ne kann ich nicht ok das tu ich euch noch an diese eine runde und jo und dann gehe ich halt offline farmen so guck mal hier ist auch überall nur kupfer ne das ist auch kupfer ne ist eisen sieht aus wie kupfer ist aber eisen warte mal habe ich eisen gekriegt aus ne guck mal am anfang stand da eisen jetzt ist jetzt ist es trotzdem kupfer eisen und kupfer hä was das denn äh 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 15 11 ja gut ja da ist noch ein oh der eisen nehme ich mit warte ich schmeiß kupfer raus die sporen das mit der zeit man weiß es nicht ich bin nur ganz sicher dass ich ganz viel eisen brauche so die draußen war nix ne glaube nicht so dann bin ich glaube ich hier durch da ist doch noch so ein knubbel kann ich den a baum nü ok gut dann fahr ich jetzt nochmal zurück leider heute nicht viel passiert allerdings bin ich heute auch nicht viel gestorben ok und dann werde ich jetzt zwischen den folgen äh den respawn äh umstellen auf von 10 auf einen tag so kriege ich mehr eisen also öfter eisen also dann sollte das eisen schneller spawnen denke ich mal gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.